servus und willkommen zu einer neuen folge von get in your horizon ja heute geht es weiter bei der super wird da wieder dunkel um unser häuschen weiter zu bauten da draußen habt es und mal grobzügig jetzt mal oben fertig gemacht schaut jetzt bis jetzt so aus heißt jetzt gehen jetzt als nächstes hin nicht in jetzt noch das damit rein und wir haben dann auch hier hinten jetzt genau noch mal angucken wie ich das jetzt genau gemacht habe oder wie das genau gemacht wurde besser gesagt genau ich habe jetzt dann hier und dann auch noch mal den bereich da wo ich nach oben muss da habe ich jetzt problematik das heißt aber ich kann jetzt mir erst mal sonst ich mache jetzt erst noch den da dann machen wir jetzt noch mal so zu sagen kleiner kleiner und jetzt mache ich gleich noch mal größer weil was jetzt wieder an weil was mir schon aufgefallen ist hier habe ich jetzt noch drei und hier habe ich zwei das ist schon mal was überhaupt nicht gefällt und weder ich mache es bei beiden vier oder ich mache es bei beiden drei auch wenn da hier eine küche drin ist und ich hoffe dass das bei euch nicht zu verwirrend ist ich habe jetzt dann hier ich habe jetzt hier in vier also zwei drin da habe ich zwei drin und da habe ich vier drin das kommt wieder weg mache ich anders das kommt auf jeden fall weg als ich das wieder ab und oder weg auch weg nämlich so hin das hat mir absolut nicht gefallen dann ist das jetzt ja ihr wisst ja nicht ich mag Symmetrie das heißt wir machen jetzt mal noch mal alle layer an wenn ich jetzt hier gucke und hier gucke dann ist das in Ordnung ich habe mein Essen ja schon einstecken und wir gehen jetzt noch mal noch mal kurz kurz das alles anmachen ich werde es mal kurz wehtun auf jeden fall gefällt mir schon mal besser hört auf jeden fall witzig aus mit diesem element da drin habe ich jetzt hier nicht okay dann muss ich da auf jeden fall auch noch mal hoch 1 2 3 hier ich ich ja da muss ich halt jetzt nur ein bisschen fliegen passt das heißt wir haben schon mal den außenrand komplett fertig das heißt wir haben jetzt schon mal das da durch so das heißt jetzt für mich aber ich habe gesagt wir machen marvel mäßig da drin was und mein lieblingsboden ist glaube ich auch beim marvel dabei okay es ist nur den erkennt man so schlecht okay der ist eigentlich bei stein auch mit drin aber als allererstes hätte ich mal gesagt ich mache jetzt mal sechs stück davon und nimmt das mit dem ornate maple und die mache ich mal als kinder das ist dann das hier da kommt jetzt dann auch der dort muss ich aber leider hier mal schnell alle weg machen ja ach so da ist teppich drüber das ist ja bei mir nicht so das ist jetzt sozusagen dann der hauptweg den muss ich jetzt noch mal schnell einen höher machen das heißt jetzt für mich aber auch die treppe das sieht man ja hier ich habe jetzt hier sozusagen dann meine momentan angeschlossen diese bar dann habe ich hier die treppe wenn ich jetzt aber die küche ziehe ich weiter auseinander dass ich mehr stauraum habe muss ich nur schnell noch mal bitte können insgesamt da ist die treppe aber hier zum beispiel wenn ich mir jetzt vorstellt du musst du musst jetzt an so an so einem element hier vorbei dann nach hinten da warst ja da wird er die jede bedienung irre dass dann element reinkommen muss zum zum abgliedern das ist kein problem aber das heißt du kommst auf jeden fall so hin dann wirst du jetzt nach vorne gezogen du kommst damit hin und zwar mittig das heißt ich habe jetzt da zwei vier sechs genau das ist ein dreier element ist egal aber das kommt auf jeden fall mehr rüber um ein oder zwei dann habe ich dieses element hinten dran das ist fünf ich kann dieses element ja auch so größer ich kann ja auch vier und sechs draus machen dann kommt das also sozusagen hier hin und das dann dahinter das ist überhaupt kein problem dann gehen wir jetzt sozusagen jetzt hier in diesen bereich rein nochmals würde die näher an und ich gebe da einen tiefer jungs weise einen höher jetzt dürfte ich nichts mehr haben jawohl dann muss ich halt ich brauche gar nicht mehr laufen dran denken ich habe ein crafting feld einstecken genau ich habe jetzt mir hier meine trippen gebaut und dann habe ich jetzt hier meinen eingang ja das ist perfekt habe ich jetzt noch ein element übrig das werden wir gucken was man mit dem treiben ok das heißt wir brauchen jetzt auf jeden fall noch mal mindestens 26 marble weil wir müssen jetzt noch alles durchgehen das merkt es den ganzen hauptbereich fertig haben als kürzen tipp wer diese beiden sachen hart und da ist auch keine drauf lust hat das durchzubrennen der kann auch den hier nehmen nämlich auch marvel aber er ist schon gebrannt sozusagen genau das dann haben wir nämlich auch gleichzeitig sozusagen so eine art wegrand darum nehme ich jetzt auch grad die da und ich muss mir dann noch überlegen wenn ich dann nach oben ziehe ich hoffe dass das dann sich auch ein wenig auseinander zieht unten dann wäre das nämlich super das war doch gar nicht mehr so schlecht aus das habe ich dann hier mein mein bereich so immer mal nach unten bitte auch perfekt und wir haben jetzt alles was uns was wir gerne möchten so wenn ich jetzt noch mal bitte alle leeres an machen ja okay ist es halt ein bisschen es werden bisschen nervig wenn ich jetzt jede treppe hin machen würde also machen wir so dass der hauptweg halt weiterhin hier bleibt kann ich jetzt hier hingehen und sagen okay dann habe ich jemanden zweier weg nach oben ob ich das so mache weiß ich noch nicht muss ich noch mal gucken da gehen wir schon komplett rüber da war es nicht so ne damals ja okay da haben wir diesen diesen weg ja halt sozusagen zur küche führt alles das lustige ist nur oder was jetzt ja ob das lustig ist weiß ich nicht was halt jetzt bisschen bisschen dagegen spricht ist jetzt halt ich habe jetzt hier einen bereich da habe ich jetzt sozusagen eine stufe aber seine stufe ich habe dreier weg dann habe ich da tische und da tische na ja kein ist ja kein ist ja kein ding das problem was man halt nur hat ist wenn man es jetzt so aufbaut wie es jetzt da ist habe ich ein dreier weg ich habe da draußen standard gemäß an zwei jahren ich glaube jetzt hier entlang haben zweier weg zweier weg zweier weg kann jetzt dann wieder hier hingehen und sagen okay ich mache mir jetzt dann hier einen weg dass ich ein dreier weg habe okay dann habe ich ja schon mal für mich festgestellt oder festgelegt dass ich auf jeden fall da wo die der baum ist der verschwindet der definitiv und dass das so art sitz rein werden das heißt also auf jeden fall hier auf jeden fall hier schon mal zwei entlang bis hier hin erst da kann ich ignorieren dann habe ich hier meinen bereich wo ich sage okay ich gehe bis zur bar in einem dreierrand aber ich muss irgendwo dahin kommen dann kommt hier der ganz normale tische das heißt dazu dann kann ich da könnte ich könnte hier ja genau dann machen wir hier in zweier weg muss ich mir noch nicht das hier überlegen vielleicht was ist dann doch so dass das dass das dann der bereich ist wollte es gar nach oben laufen das wäre super geworden also das heißt jetzt für mich dann definitiv hier rüber ich habe jetzt dann hier mein zweier weg das heißt ich habe jetzt den bereich ich habe jetzt den bereich ja die frage ist jetzt halt wie mache ich das jetzt mit der bar weil muss auf jeden fall hier rüber weil das ist ja der bereich wo ich jetzt auf jeden fall meine hauptstrecke habe und dann gehe ich hier rüber ja da habe ich hier meine toilette das ist in ordnung toilette können wir größer machen das ist alles kein ding dann haben wir das doch schon mal weg und dann muss ich ja hier das auch machen genau dann machen wir den raum nämlich aber das problem nämlich auch gelöst ich mache den raum nämlich einen dann breiter da schließt die bar halt nicht an der ecke ab muss er nicht unbedingt das heißt ich habe jetzt dann hier man bereich das gehe ich dann hier hin und bei mir wird sie in einem einzertür geben sondern so eine art doppeltür und das ist ja genau dann total egal wie das hier ausschaut so dann habe ich das auch hier so richtig genau dann haben wir hier den bereich toilette machen wir haben wir gesagt machen ein bisschen weiter und dann ist es kein problem jawohl so dann habe ich jetzt den stein dann nehme ich jetzt den da weil ich jetzt dann hier ja die bereiche hin macht wo die wand hochgezogen wird genau da haben wir schon mal angefangen dann haben wir jetzt dann hier die wand haben wir sie hier das haben wir gesagt bleibt so es kann sein dass es vielleicht ein bisschen ja bin halt noch momentan beim überlegen was cooler ausschaut ob das halt ja aber offen ist glaube ich viel besser als als wenn ich jetzt da so eine wand hin hin klatsch ja 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 das machen wir auf jeden fall nicht dann haben wir jetzt dann hier muss ja aufpassen immer erst einmal jetzt machen wir jetzt einen ich mache hier einen breiter immer hier entlang und dann habe ich doch in der wand das ach nee ja ja klar war ich einen breiter g ist die wand natürlich dann dann habe ich jetzt hier doppeltür dann heißt es dann geht der was so bei dem habe ich ja auch gesagt habe ich eine doppeltür habe ich das so mache ich dich weg und da auf jeden fall nochmal marble hin jetzt ist halt die frage ziehe ich den komplett durch oder nicht muss man schnell das unsichtbar machen ja das ist jetzt sozusagen der der weg in die bedienungen laufen dann habe ich hier meine treppe habe ich jetzt dann hier meinen bereich dann hier meinen bereich mal hier gucken okay alles klar da kommt dann das glas hin jetzt gerade die große frage mache ich das so dann mache ich da mal hin und gleich mal gucken wie das ausschaut ich jetzt den mal rein macht ja er verbreitet sich das schaut auch super aus ja dann machen wir so haben wir das auf jeden fall auch dann haben wir hier ist dann im bereich halt ich muss noch mal schnell eine wand rein ziehen war die hier da sind dann die toiletten drin das hat jetzt von hier ausgeguckt ausgeguckt als wäre es ein büro das heißt ich gehe jetzt hier rein gehe hier rum ich gehe darüber wir machen das nochmal unsichtbar und ich hätte gesagt auf jeden fall wir machen das so das heißt ich brauche auf jeden fall noch ja dann gleich nochmal zwei sticks marmel holen weil wir brauchen ja noch mehr ja 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 ich hoffe er könnte mir noch soweit folgen kann mir teilweise selber nicht mehr folgen ja das ist nämlich hier nochmal zwei sticks mit und hier einen lustige zu lachen solange das noch so ist kann man hier schön vorbeilaufen ich könnte mir vielleicht überlegen dass ich hier noch eine tür mit rein planen wäre vielleicht clever so das heißt wir gehen jetzt mal auf jeden fall nochmal nach hause denn wir schmeißen mal schnell da 32 rein und da 32 rein ein einmal einstecken warum auch immer um einen platz zu vergeuden dann machen wir das gleich mit doch dann das läuft jetzt nochmal ein stack falls wir die nochmal brauchen ich muss ja noch die die ränder dicker machen doch das heißt ich brauche jetzt auf jeden fall das nochmal in der qualität das heißt ich gehe hier rein dann mache ich hier auf jeden fall das auf dann haben wir hier auf jeden fall auch einen sauberen durchgang dann mache ich das ja auch weg dann haben wir das alles hier so sauber und alles perfekt jawohl doch ich weiß zwar die modernen küchen haben jetzt mittlerweile auch so glaselemente drin dass man halt was punchen die da in der küche zusammen ja das ist das neue konzept hat aber dieses jetzt hier nicht ne ok so dann hatte ich gesagt dann machen wir hier jetzt nochmal ja wie mache ich das jetzt mache ich hier beton hin beton schaut so so ich nenne das jetzt beton stein er schaut halt total unhübsch aus ich hätte ich hätte ja gesagt das ist ja so eine art das würde so eine art nebenraum das waren auch keine kleinen tische das werden die großen da kommen zwei große tische links und rechts wenn ich vollkommen überzeugt davon dass das viel hübscher ausschaut und ich hätte auch gesagt da machen wir machen wir machen wir machen wir da birkenholz rein gesagt dann kommt hier birkenholz rein dann ist jetzt mal das was man als nächstes brauchen ein bisschen birkenholz da gibt es ja auch glaub ich das war auch schon als wenn es so so paket oder so es kann man schon mal angucken ans dagt bitte bum 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 bau luller das da an das hat jetzt wieder so einen kleinen rand ich mag das nicht mit rand und das aus genau deshalb kein rand dann nämlich dass dann machen wir mal wieder unsichtbar dass man jetzt das wieder sehen was man was man sehen wollen wie gesagt treppe schaut jetzt schon mal anders aus weil es jetzt rausgezogen habe und das heißt jetzt habe ich ja hier im bereich da kommt jetzt das holz hin und dann habe ich das bis hierher auch dann hätte ich gesagt dann könnte ich ja hier wieder so beton elemente nehmen da kommt was anderes sind weil man jetzt dass sich das wieder anschaut für die show da haben die ja so eine art hecke hin gemacht als holzelementen aus das könnte mir doch wo beide schaut besser aus mit mit dunklem holz als mit hellen holz man könnte natürlich jetzt auch sagen okay dann macht man jetzt zum beispiel eine marble wand hin eventuell sogar mit glaselementen beziehungsweise nicht also da der muss auf jeden fall weg der schaut schlimm aus weil man muss sich vorstellen dass er noch glas also ja weil das also ich nehme auf jeden fall voll glas beziehungsweise ich werde glaube ich zum ersten mal dann architecture kraft einsetzen und dann hier glas von die 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 großen fenster einbauen das muss ich mir das mal schnell von außen noch mal angucken ob da ist auch ein fehler drin von denen weil da oben ist zum beispiel kein glas auch wenn das eine terrasse werden sollte schaut scheiße aus also das wird auf jeden fall bei mir voll glas da waren so ziehelemente reinkommen das wird auf jeden fall aus diesem stein hier sein ja das ist das ist jetzt halt gerade ein bisschen mein problem war wie gesagt wenn ich jetzt zum beispiel dann hier so ein element hintermach um so eine kleine aufgliederung zu machen zur art raum trenne ja dann sollte das schon wirklich eine art raum trenner sein ich bin das ist ein ich mache da keine japanischen sachen rein dann lasse ich das auf jeden fall so und sind es 12345 elemente hinten dann haben wir das dann hier und dann könnte ich dann hier ja hätte ich gesagt dann machen wir noch drei elemente dass man hier so eine art durch durchgang hat oder vielleicht macht auch doch noch mal auch glas das könnte auch noch mal schauen so was auf jeden fall wichtig ist dass ich den bereich auf jeden fall hoch ziehe indem die küche drin ist aber das wäre jetzt dann sozusagen der bereich hier weil das ist halt ein wichtiges element weil die küche will ich als nächstes ausstatten und ich muss das ja auch noch die außen fassade hochziehen außen fassade ist glas ihr wisst selber also die glaselemente kommen irgendwann von mir eingesetzt rein ob ich die bar so macht ja das wenn man das war mal dass man alles irgendwann irgendwann erleben so das heißt für mich entlang ich bin halt noch beim überlegen mache ich jetzt einfach nur die sitzgruppe hin oder mache ich mir halt auch so was die zeit gemacht haben okay außer dass die halten baum da reingepflanzt haben man kann den prunden element machen oder andere andere ideen da können wir mal vorschläge schreiben dann lasse ich den bereich auf jeden fall weg und wenn mir dann von euch eine idee gefällt die hat gewonnen und kommt da rein ja also diese es geht um es geht um diesen bereich hier das ist 2 4 6 8 mal 2 4 5 8 mal 5 weil hier kommen die treppe hin vielleicht kommt hier noch hin dann macht man 7 mal 5 genau 7 mal 5 klingt doch gut 3 7 mal 5 dann habe ich hier meinen raumteiler wie gesagt ja aber schaut eigentlich so besser aus ne jetzt ist halt die frage wenn ich das jetzt so mach mit diesen mit diesen steinelementen ja eigentlich müsste ich jetzt hier noch eine so eine ding hoch ziehen dass ich sage okay ich geht dann hierhin mit mit dem marble dass ich hier nochmal nitz ziehe und hier und hab dann hier in einer fenster und geht dann rüber macht dasselbe aber auch hier die die wo genau so nichts darunter vorstellen können wir ja auch wie ich ab und zu mal kurz gezeigt das heißt dass da wird halt dann so und dann bräuchte ich jetzt bitte nochmal 4 und dann wird das halt hier so gemacht dann habe ich jetzt meine elemente gibt mir mal gleich bisschen mehr weil dann habe ich ja hier auch das auf jeden fall hat das ist ja auch das was ich vorhin schon gesagt habe ich brauche auf jeden fall hier noch einen bereich wo ich das zu macht wie gesagt hier kommt andere bereiche rein jetzt muss ich mir das nochmal anschauen wie habe ich das gemacht oder wie wurde das gemacht ja die h sind halt hingegangen haben die auch noch mal so bereiche rein gezogen verstecken danke das heißt die haben halt elemente da drin ja das ist halt dann wirklich nur das ist halt dann wirklich nur ein außenelement das ein bisschen anders ausschaut aber kriegt man hin schon nicht schlecht aus was haben die eigentlich noch hier gemacht alles klar also das heißt das muss ich auf jeden fall auch noch durchziehen wie gesagt die haben ja immer wieder glas drin die idee finde ich auch gut aber da muss auf jeden fall drunter lampen dass das besser ausschaut ja ja was ich jetzt gerade mir nochmal anschauen wir machen das nochmal komplett also wenn ich das so so machen sollte naja dann sind wir wieder bei uns bei meiner muss gleich ausschauen dann habe ich hier ein ziel element mit drin da gehe ich nach oben machen wir das weg dann machen wir dasselbe auch hier beziehungsweise wir lassen das mal verschwinden immer hier hin das da ja einmal komplett rüber runter und das dann dann komplett hoch ja passt so aus wie heißt dieses omega nee auf jeden fall interessant aus dann machen wir das da auch weg das ist genau auf dasselbe höhne ja 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 dann heißt es ja da komme ich auf jeden fall auch hin nicht mehr abbreisen brauchen auf der seite aber ist egal immer wieder runter haben wir jetzt den einen weiten dann haben wir hier auf jeden fall auch diesen bereich dann kann ich jetzt das holz nehmen dann machen wir die seite ein wenig länger zwei wie gesagt man muss ja die sitzflächen ausnutzen machen wir das so und hier unten wird es auf jeden fall breiter ja ehrlich gesagt dann habe ich eigentlich so drei drei bereiche in die ich jetzt dann habe ich habe jetzt dann sozusagen den bereich einmal hier das ist sozusagen dass das große große festzimmer ja wobei großes festzimmer ja eigentlich falsch ist aber ich habe hier auf jeden fall zwei große tische das heißt hier sind zur art familiengeburtstag ja sind eine große familie können dann groß da hinten feiern oder wir können abstand halten dass wir wieder zeitintern sind dann hatte ich gesagt habe mich hier dann im bereich wo man es dann die bar haben mache ich vielleicht größer weil ich muss ja auch dran denken dass ich die bar ja so aufbau das wird auch noch witzig ich habe noch keine ahnung wie ich das hinkriege dass ich ja auch da meine tränke drin habe und ich muss einige küchenmaschinen auf jeden fall auch mit strom versorgen das kommt ja auch noch dazu es kann sein dass ich das dann so macht dass wir dann einfach eine eine kombusten engine irgendwo hin pflanzen dieses dann sozusagen alles versorgt muss ich muss ich mir überlegen weil ich mal mit die anderen zwei noch bequatschen was die für ideen haben ja und dann habe ich hier zu erhalten bereich das machen wir dann auch so ja das heißt wir haben dann hier noch mal ein größeren bereich dann hinterher hinten noch mal einen größeren bereich das halt die einzelnen elemente gibt dann wie gesagt hier dann die toiletten das heißt ich habe hier auf jeden fall noch mal eine zwischenwand das heißt wir brauchen jetzt auf jeden fall noch mal 1 2 3 4 4 elemente davon kann auch sein dass ich das dann da rein mache aber wie gesagt ist egal ich bin nur beim überlegen aus was für einem material baue ich denn diese wände das ist eine finde ich sehr hervorragende frage und ich mache mal hier noch mal so ein weg hin das heißt wir können sagen den bereich auch noch mal komplett umschließen ja finde ich nicht schlecht also ich bin nicht schlecht ja da müssen wir das dann da machen dann brauche ich hier noch mal so ein vierer bereich ich habe nicht umsonst gesagt ich muss noch mal marble brennen das war sogar nur ein dreier machen wir noch mal zwei bitte haben wir den auch haben auch die ecke zu ja ich bin halt doch gerade ein wenig beim beim überlegen weil wenn ich das jetzt halt so so mache wie es jetzt gerade ich blende noch mal schnell für euch bitte das ein so momentan ist es ja so ich habe ja hier meine treppe das ist eine dreier treppe wenn ich jetzt natürlich hingehen bitte nochmal ausblenden wenn ich jetzt natürlich hingehen was ich jetzt zum beispiel für mich schon mal der bereich den wo die aus was ausdenken können der wird immer kleiner jetzt sind es nur noch zwei vier sechs sechs mal sechs mal fünf hätte gesagt gehe ich hier mit der treppe hoch dann habe ich hier einen größeren bereich dann heißt es ich habe schon dunkel nein oh na toll ja es zieht es zieht ein blatt nun auf na hervorragend das heißt ich verdrückt mich nach drinnen und wir machen beim nächsten mal weiter es kann dann sein dass ich schon ein paar außenelemente erweitert habe weil sonst wenn man leider gar nicht fertig und ja dann werden wir uns um den innenbereich dann ist nächste mal weiter bemühen und vielleicht habe ich mir dann bis dahin auch was ausgesucht wie es dann weiter geht mit den wänden innen in dem sinne ihr seht wieder die zwei verschiedenen videos die euch zur verfügung stellen werden beziehungsweise ich vergesse meine playlist und ein weiteres video und ja dann wenn ihr fragen oder anregungen habt schreibt es mir in die kommentare wenn euch die folge gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da und dann kann ich euch nur noch sagen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ciao